So, wir machen eine schöne Quantenheilung, damit du bist ganz voll, 100% Lebensenergie. Ja. Batterie voll laden. Muss ich die Augen dabei zumachen? Ja. Die Augen zumachen. Ja, damit du besser... Ja, verinnerlichen kannst, so. Ja, genau. So in sich gehen. Ja, genau. So, schließ deine Augen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Amen. 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 Amen.